Willkommen zu einer weiteren Figurenfolge in der Romba. Ich persönlich mag die total gerne, weil sie auf ganz kleinem Raum gut getanzt werden kann und super abwechslungsreich ist. Die macht richtig Spaß. Und zwar hat der Herr als auch die Dame da schöne Drehelemente drin, die einfach schön sind. Meine Herren, starten wir mit euch. Ihr startet, start, Grundschrift, Seit, Damen-Solo-Drehung, die Dame dreht, ihr schließt. Ihr füllt die Dame jetzt auf den Augen, erste Mal, eins, zweite Mal. Und das letzte Mal, ihr füllt die Dame in die Solo-Drehung, Solo-Drehung, Rope Spinning. Sie läuft um euch rum, ihr schaut euch wieder an, sie tanzt eine Solo-Drehung, hier den Grundschritt und geht ins Öffnen, öffnen, eins und öffnen, zwei und letzte Mal. Und beide drehen, 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 tanzantum. Und ihr werdet einfach nur auf der anderen Seite, hättet aber euer Plätzchen nie verlassen und könntet die Figurenfolge direkt noch einmal tanzen. Damit ihr das nochmal ein bisschen besser von den Führungselementen seht, meine Herren, tanzt euch die Figurenfolge diesmal eure Richtung. Ihr habt stark, Grundschritt, satt. Die Dame wird gedreht, ihr schließt die Füße, ihr öffnet die Dame auf. Die Dame auf, sie tanzt darüber. Die Dame dreht in der Solo-Drehung, Rope Spinning. Lauf, 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 umdrehen. Ihr habt die Rückwärtsbiegeschritt, ne? Und geht in das Öffnen vor, zweite Mal. Und letzte Mal, mit den beiden drehen, seit. Und ihr könntet wieder von vorne starten. Das war's für euch, meine Herren. Kommen wir zu den Damen. Meine Damen, auch für euch in Figurenkombinationen geht's halt. Wir starten mit einem Grundschritt. Und ihr geht in die Solo-Drehung. Er führt euch jetzt. Opening out, eins. Opening out, zwei. Opening out, drei. Und dreht, dreht, Rope Spinning mit Spiral. Lauf, lauf, lauf. Und Solo-Drehung und öffnen, eins. Und öffnen, zwei. Und letzte Mal, beide drehen. Und drehen, Tanzleitung. Und wieder von vorne. Ich tanze die Figur nochmal in eure Richtung. Dann geht ihr das auch nochmal, wenn ich mich auf die andere Seite drehe, dass ihr da nochmal gucken könnt, welche Schritte ihr habt. Ich bin die Dame. Start, Grundschritt, Sack. Die Solo-Drehung, opening out. Opening out, eins. Opening out, zwei. Der Partner ist hier. Opening out, drei. Solo-Drehung, Spiral. Rope Spinning. In die Solo-Drehung. Ins Öffnen, eins. Ins Öffnen, zwei. Ins Öffnen, letzte Mal. Und wir drehen beide. Und sind wieder in Tanzhaltung. Und könnten wunderbar von vorne tanzen. Viel Spaß bei dieser super schönen, am Platz getanzen, Figurenkombination mit Rope Spinning zur Hälfte. Habt Spaß dabei!